Ach so, ein toller Abend, ey. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roadplay-Video auf meinem Kanal. Und heute gehe ich hier so herumspotzen, weil ich verlange nicht mehr draußen. Und ja, ich wollte eigentlich zu Burger King. Ey, Mann, sieht dieses Haus schön aus, findet ihr nicht auch? Oh, ich muss da mal reingucken. Ich hoffe, mich erwischt keine Leute. Boah, das sieht so schön aus. Sag mal, was machen Sie da? Hä? Ähm, hä? Hallo, was machen Sie hier? Warum? Schauen Sie mal raus, wo der Begriff da oben an? Hä? Sie spinnen ja wohl. Ich hab's nie, und sie sind in der Küche auf die Polizei. Nein, 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 bitte nicht. Bitte tun Sie das nicht. Bitte, was kann ich machen? Bitte, bitte. Nein, ich rufe jetzt die Polizei an. Es gibt keine Möglichkeiten. Ne? Doch, wir können eine 24-Stunden-Challenge haben. Oh, eine 24-Stunden-Challenge. Da bin ich dabei. Hä? Du bist dabei? Ich glaube, das wird nicht so einfach für mich. Du hast 24 Stunden hier in meiner Villa verbringst, aber mit mir. Und glaub mir, ich bin ein sehr schwerer Mensch, der wenig nervig kaputt macht. Also, lasst uns beginnen. Also, ich glaub Ihnen nicht. Okay, wir können schon mal dicken. Ich gehe mal raus. Ja, hat er sich definitiv mit dem Fall. So, was gibt es hier, Leute? Oh, ein Bett. Da werde ich schlafen. Und was gibt es noch? Hier ist noch ein Bett. Da kann dieser Versager schlafen. Und hier ist noch ein Balkon. Aber was sollen wir denn an meinem Balkon machen? Naja, egal. Das war so eine kleine Villa, ey. Das war es wirklich, Leute. Was ist das für eine Villa, die er da hat? Egal. Also, er hat zu mir gerade noch gesagt, dass ich, ähm, wer der Gewinner, also wenn ich gewinne, dass ich, ähm, Geld bekomme, 100.000 Euro und diese Villa hier, aber die werde ich dann verkaufen für eine halbe Million, dann habe ich, ja, 600.000 Dollar und kann mir damit so viele Videospiele und Pommes holen. Und mein Pro-Gamer-Shirt kann ich mir auch nochmal holen. Und was hole ich mir danach? Egal. Auf jeden Fall. Ich werde gewinnen. Und falls er gewinnt, muss ich in den Knast, was eh nicht passieren wird. Aber ich schlafe jetzt, Leute, weil es wird langsam dunkel. Oh, Leute. Ich habe so gut geschlafen, ey. Ah, das kann man sich nicht vorstellen. Also, ich gehe jetzt mal was essen. Oh, was machen Sie denn, Versager, wieder hier? Dann gehen wir aus dem Weg. Na gut, ich weiß nicht, was der hat, aber egal. Ich hole mir erst mal Essen. Voll lecker. Gibt es was leckeres zum Essen? Hä? Hä? Warum ist da alles leer? Leute, warum ist der ganze Kühlschrank leer, ey? Was, Süße? Warum? Warum? Sag nicht, du hast alles aufgegessen. Und abend, ich habe. Echt, das ist das Letzte mit dir. Ich gehe wieder nach oben, oder weißt du? Ist hier was, Leute? Ich ärgere ihn. Ich mache den Falser jetzt richtig laut. So. Irgendein Programm. Oh, ja, da weint das Baby. Oder, ne, das Kleinkind. Und wir machen jetzt richtig laut. Ey, was ist da so laut, Saggöl? Du spimmst ja wohl. Du kannst doch nicht so laut machen. Ich gehe mal entschuldigen. La, 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 la. La, 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 la. Saggöl. Warum machst du so laut, ey? Gib mir die Flamme dir. Was? Warum? Gib sie mir her. Nein, ich gebe sie dir niemals her. Lass mich in Ruhe. Ah, schnell weg, Leute. Oh, oh. Ich verstecke mich hier drin. Komm. Egal, das geht so. Oh, ich werde dich reden. Bleib doch mal stehen, ey. Wo versteckt er sich nur? Bitte sieht er mich nicht. Bitte sieht er mich nicht. Bitte sieht er mich nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, ich habe dich gefreutet. Ach, Menno. Was muss ich jetzt machen? Weißt du was? Du musst nichts machen. Wie meinten Sie das mit nichts? Damit meinte ich, du musst nichts machen. Und jetzt, äh, nimm das. Los. Wo bin ich, Leute? Hä? Ah, was machst du da? Lass mich los. Du bist doch gestört. Niemals. Ich werde mich jetzt hier runterschmeißen. Ich habe echt Gefahr. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich tue alles was. Äh, Sie wollen, bitte. Nein, zu spät. Oh, nein. Warum? Puh. So, Leute. Es ist an der Zeit gekommen. Da steht der, Leute. Wir müssen ganz leise sein, Leute. Mist, mein Plan ist gescheitert. Aber egal. Nein, ich habe noch Plan B. Und sonst wer jetzt sind von mir und möchte mich irgendwie angreifen. Hey, das kann er vergessen. Jetzt fällt mir auf meinen Plan rein. Wohohoh. So, Leute. Ich werde mich mehr anziehen. So. Okay, Leute. Ich schlage ihn. 1, 2, 1, 2, 1. Und... Oh nein. Mist. Wie konnte das passieren? Mist. Nein. Ich bin schnell hoch. Ich habe jetzt nicht gesehen. Ara, du hast verloren, verloren, verliere, du musst jetzt in den Knaus, Ara. Och man, warum? Tja, ist ja mir doch schuld, du warst einfach schon mit dir fällig. Och, Manno, bitte, irgendwie, bitte aber nicht in den Knaus. Warum, weißt du was? Leute, wir machen eine Fortsetzung, wir werden gegeneinander auf der Jacht kämpfen, das nächste Mal. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ich gewinne. Nein Leute, lasst für mich ein Like und ein Abo da, damit ich gewinne. Und das war's mit dem Video, ich werde mich jetzt auch im Kampf vorbereiten, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.